So Leute, erstmal möchte ich mich bedanken an dieser Stelle für die vielen netten Kommentare, tatsächlich liebe, nette, schöne Kommentare unter den Witchfire-Videos. Ganz viele Leute haben geschrieben, dass ihnen das Let's Play richtig Spaß macht und sie sich auf weitere Teile freuen. Und da will ich mich natürlich nicht lange bitten lassen, denn mir macht's auch richtig Spaß und dann haben wir ja was gemeinsam. Und deshalb gibt's jetzt hier eine neue Folge Witchfire. Ich hab jetzt eine Woche nicht gespielt, weil ich im Urlaub war. Und muss jetzt selber erstmal wieder reinkommen, beziehungsweise gucken, wo ich stehen geblieben war. Aber wir gehen einfach rein und haben ein bisschen Spaß. Es ist auch ein neuer Patch rausgekommen, wo ein paar Sachen verändert wurden oder gepatcht wurden. Zum Beispiel, glaube ich, die Steak Gun wurde ein bisschen verstärkt, die ich jetzt hier übrigens auch gerade in den Händen halte. Ich muss mal gerade gucken. Oh, wir haben 15.000 Seelen. Und ich schau mal gerade, was so in Entwicklung ist, ob überhaupt irgendwas in Entwicklung ist. Okay, hier haben wir angefangen, ein Relicke zu erforschen und ansonsten haben wir nur noch 5 Gold. Hier scheint schon alles erforscht zu sein. Denn wir können auch ein Heavy Spell erforschen. Kostet 12 Gold. Und dann können wir noch Ring und Fetisch. Müssen wir ein bisschen sparen. Ansonsten bin ich hier mit diesen beiden Waffen jetzt unterwegs gewesen. Mit der Strieger, das ist die Steak Gun. Die habe ich jetzt auf Level 2. Und die Midas, die würde ich gerne noch auf 2 haben. Dafür brauche ich auch eine Second... Das tut mir so leid. Incantation. Sorry wegen dem Schnupfen. Und hier habe ich... Das ist neu. Das habe ich gefunden, glaube ich, in diesem einen Dungeon. After landing multiple shots, a bolt of lightning arcs between nearby enemies. Müssen wir mal ausprobieren. A low damage take makes the Fetish release a powerful shockwave. Ja, wir probieren einfach mal. Wir gehen mal rein. Ich sag's euch, mir ging's die ganze Zeit gut. Kaum sitzt hier am Tisch, kommt hier der Schnupfen. Und das Niesen geht los. Wir können aber auf jeden Fall das mal hochleveln. Diese Prayer Echoes. Dafür muss man sich hier für 1000 Seelen... ...muss man sich diese Quest quasi kaufen. Wenn man das nicht macht, dann droppen die Gegner diese Teile nicht, von denen man 50 braucht. Also wenn ihr mal Kohle über habt, macht das ruhig mal. Was das letztendlich bringt, weiß ich auch noch nicht. Noch habe ich keine 50, aber wir werden es bestimmt bald herausfinden. Ansonsten... Ja, drei Maps zur Auswahl zur Zeit. Level 1, Level 2 und Level 3. Wobei die dritte ist schon nicht ohne. Aber es bringt ja auch nichts, die ganze Zeit in den Anfangsgebieten rumzulatschen. Auch wenn es da noch Sachen gibt, die wir machen können. Wir haben natürlich in der ersten Welt noch innerhalb der Burg, haben wir in der letzten Folge, glaube ich war es, haben wir diesen Dungeon unten freigeschaltet. Aber der ist auf jeden Fall auch nicht ohne. Ich gehe jetzt mal in die dritte Map. Ich glaube in der Early Access gibt es bislang nur drei Maps, aber es wird natürlich noch mehr geben. Machen wir, geben wir direkt das Risiko ein. Aber ist ja egal, wir können theoretisch auch direkt wieder raus. Geil, wir kommen direkt. Reiche ich wieder raus? Wieso kann ich nicht wieder raus? Okay. Egal, es ist klatscht. Jetzt kann ich raus. Ja, das Gratis-Geld haben wir eben mal schnell mitgenommen. Kein Problem. Aber wir wollen die Verfluchung nicht. Geh direkt wieder rein. Witchfire oder Diablo? Ja, mir macht beides richtig krass Spaß gerade. Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Das eine ist halt ein Ego-Shooter, das andere ist Witchfire. Witchfire. Nee, aber... Ähm... Ja, ich finde die ergänzen sich sehr gut tatsächlich. Weil manchmal hat man dann gerade bei dem einen keinen Bock mehr. Und dann kann man aufs andere switchen. Und da ist er worden. Und ich treffe. Ich finde, wie gesagt, dass die sich sehr gut ergänzen. Das ist übrigens perfekt. Damit kann ich jetzt meine Waffe upgraden. Würde sich schon fast lohnen. Komm, das machen wir auch noch schnell. Solange wir hier direkt beim Portal gespawnt sind. Gehen wir gleich mit der geupgradeten Waffe rein. Das ist nämlich sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Midas auf Level 2 bringen. Und ich bin gespannt, was das bringt. Bullets apply burn to enemies. Okay. Das ist schon mal geil. Jetzt haben die noch ein Dot. Das nehmen wir gerne mit ins Level. Willst wir das jetzt eigentlich neu kaufen? Ja. Hallo, Texturen. Wollt ihr auch mal kommen? Oh, normalerweise ist hier immer direkt Action. Aber die ist jetzt hier. Eben sind wir hier gestartet. Die ganze Zeit sind hier quasi runtergekommen. Diese Summoning Site, die habe ich auch noch nicht geschafft. Sieht eigentlich machbar aus. Wir checken alles mal ab hier. Okay. Okay. Hä? Wieso mache ich gleich Damage? Hä? Wieso mache ich gleich Damage? Hä? Alter, was habe ich denn da für krasse Typen gesummelt? Wieso mache ich kein Damage, Leute? What the fuck? Jetzt sind sie alle weg? Bin ich zu weit weggegangen? Hä? Ich habe gar nichts. Elite-Hask. Ich glaube, die Kiste habe ich verbockt. Kann das sein? Was war denn das für Gegner? Ich konnte gar nichts machen gegen die. Schade. Das war bestimmt was Geiles. Naja. Hinter alles nix. Da höre ich was. Ah, die Midas ist schon eine gute Ball. Sollte nur nicht zu lange mit der ballern, weil man muss immer in diesem beziehungsweise man sollte in diesem mittleren Bereich bleiben. Nicht bei Cold. Ihr seht ja diesen Balken da. Wohin geht das hier aufs Geld. Wer? Mann, nervt doch nicht. Was das Spiel halt meiner Meinung nach wirklich so schwer macht, ist, dass die Gegner halt von allen Seiten kommen und halt einfach spawnen, sodass du halt nie sicher sein kannst, nach dem Motto Ah ja, hier habe ich schon gecleared. Mist Bullets have a chance to rematter, ja. Damage boost. Ähm. Kann halt immer noch mal einer von hinten kommen und dich abfacken. diese Pentagramme haben wir noch nicht ganz geschneid. Was ist hier? 15.000 haben wir nicht. Habe ich gerade alles ausgegeben. Beziehungsweise haben wir theoretisch schon. Komm, oder? Das werden wir nie erfahren, was hier ist. Burning Steak Spawns a Burning Steak that ignites enemies, damaging them. Charges the Steak. Fully charged the Steak with a fiery explosion. Okay. Aber was ist das? Ein Zauberspruch? Ist das... Das ist ein Zauberspruch. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ein leichter oder ein schwerer. Okay. Hat mich halt jetzt quasi 15.000 gekostet, aber... Haben wir halt jetzt. Ob wir es auch nutzen? What the fuck? So, wenn die so ein leuchtendes Ding über dem Kopf haben, dann sind das Gegner, die nicht zu so Totenschädeldingern gehören, sondern die spawnen dann aus den Portalen und droppen Munition. Also, die kann man ganz gut farmen, wenn man Muni braucht. Was die? Ah, ne. Das ist nur Witschfeier, ne? So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können natürlich oben lang gehen, über die Brücke rein. Oder den regulären Weg hier außenrum und rein. Der natürlich ein bisschen nervig ist. Ich glaube, ich will erst mal hier oben backen. So, ich gehe hier rein. Hier ist auch irgendeine Quest, aber die ist sauschwer. Die habe ich auch noch nicht geschafft. Ich sage, das Spiel ist voller Geheimnisse, Leute. So, hier kann man nicht mit Trick 17 quasi einfach sich nach oben cheaten. Vielleicht ist es auch so gewollt. Auf jeden Fall hält uns diese Zugbrücke nicht davon ab. Und hier ist jetzt richtig Action. Das sehen wir schon am großen Totenkopf. Da kommt er auch. Geiler Long-Distance-Treffer. Pam, für 250. Das ist nämlich geil. Auf Stufe 2 macht die so ein kleines bisschen Splash-Damage für die State Gun. Aber auch nur auf einer gewissen Distanz. Was ist jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? xD 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 Alter, was sind das für Typen, ey, bitte. Oh, von da auch noch. Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin vielleicht tot. Alter, wie viele von den Großen sind es. Ich kann, wieso kann ich mich nicht richtig bewegen? Alter, was geht hier ab? Das sind neue Gegnertypen. Wie ihr seht halt, wie... Oh. Jetzt ist es auch noch Calamity. Alter, jetzt wird es richtig schwer. Ich sehe gar nichts. Ich bin ultra langsam. Ich hoffe gar nichts mehr hier. Okay, chill. Was kann denn da? Ich habe keine Ahnung, was von da machen. Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, die heilen... Das heilt nie wieder. Kann das sein? Boah. Immerhin. Ich kann das einsammeln. Ich kann das einsammeln. Dann sammeln es doch. Killing in any effect of elemental damage. Tun wir eine grüße Wacken-Bamage. So, was machen wir jetzt, Leute? Ich bin schon wieder komplett am Arsch. Das ist halt das Problem, ne? Mit drei Flas kommst du nicht weit. Ich habe zu viel Damage genommen. Aber ohne Flas wird das hier nichts. Ich habe einen Treffer noch. Dann bin ich tot. Ich muss hier raus. Ich sterbe gleich. Das ist meine Leiche. Zu weit weg. Ist das ein Exit? Ja, das ist einfach so schwer, das Level, dass man nicht richtig vorankommt. Wieso wird mir ein Witchfire abgezogen? Minus 3000? Hä? Aber immerhin 18 Gold. Aber wieso Minus 3000? Wir haben aber ordentlich von den Dingern hier gefarmt. Guck mal, 41, neun Stück nur noch. Entschuldigung, haben wir das vielleicht? Und wir können... Ne, 23 haben wir. Schade. Ah, wir können Heavy Spell theoretisch hervorstehen. Bis wir sie alle haben. Die Stake Gun war eigentlich gut, oder? Ah, ich bin unsicher. Ja, Stake Gun oder Sniper Rifle. Ah, ich mag die Stake Gun. Ah, während der Sanity geflohen gibt, äh, Witchfire Abzug, okay. Gut zu wissen. Das habe ich nämlich echt tatsächlich nicht gewusst. Das habe ich nämlich echt tatsächlich nicht gewusst. Da war doch gerade ein Warden irgendwo. Da war doch gerade ein Warden irgendwo. Das scheierst Mal, glaube ich. Ah, das ist wichtig. 2. Mysterium Incantation sehr gut hier müsste irgendwo noch einer sein das gibt es doch gar nicht Digger das meine ich von irgendwo kommt immer einer angestürzt stürzt stürzt Was, 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 was hat mich erwischt? Gift, warum? Sollen wir dieses Mal, hier ist schon wieder Direkt-Action am Gate, scheiße ey, ich komme hier nicht weiter auf dieser Map, ich bin irgendwie zu schwach oder zu schlecht oder beides. Was? Oh ey, das ist echt... Oh, das ist geil, 40% Magazine-Size ist geil, 84 statt 60. Das mag ich sehr. Jetzt habe ich schon wieder eine Flask verballert und ich bin noch nicht mal an der schweren Stelle. Alter. Die Typen sind ja viel zu krass, Alter. Was ist das? Alter, hat er da nochmal so eine kleine Bombe gezündet nach Ableben. Ja, geil, jetzt bin ich schon wieder fast tot, ey. Ich komme hier einfach nicht voran, ey. Ich werde schon wieder rausgehen jetzt. Ja, das Spiel erinnert an Painkiller, weil es von den Painkiller-Machern tatsächlich ist. Also, die waren früher, hießen die People Can Fly, aber die haben ein neues Entwickler, also Teile davon, ein Großteil davon, glaube ich, haben ein neues Entwicklerstudio gegründet. Aber das ist kein Zufall, es sieht nicht nur aus wie Painkiller, es spielt sich auch teilweise ein bisschen wie Painkiller, was ganz geil ist, weil es deshalb dieses geile Movement hat, was in Painkiller so geil war. Okay, wir kriegen ein neues Relikt. Blood of a Banshee. Blood spilled by a Banshee, burned on the stake. Overkill causes the victim to explode, igniting nearby enemies. Das raff ich nicht. Blood spilled by a Banshee, burned on the stake. Hä? Overkill causes the victim to explode. Raff ich wirklich überhaupt nicht. Wenn ich ehrlich bin. Achso, wir haben ja auch hier übrigens den neuen Zauberspruch. Was war das Burning Stake? Können wir mal ausprobieren. Werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen, aber... Können wir mal ausprobieren. Blood of a Banshee. Blood spilled by a Banshee? Blood of a Banshee, burned on the stake. Hä? Und was ist Overkill? Was war das Banshee? One woman cried so long and hearted villagers accused her of being a Banshee. When she was burned at the stake, she confessed that her cries were caused by seeing a vision of her own death. Overkill. Was ist Overkill? Was ist Overkill? Overkill, wenn du dem Ziel deutlich mehr Schaden zugefügt hast, als es Leben hat. Aber wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht ist es geil, aber wir wissen nicht warum. Probieren wir es mal aus. Also werden wir wahrscheinlich mal mit dem Crit-Treffer killed oder was. So, jetzt haben wir hier übrigens 50. Strengthen the Flame. Das habe ich auch noch nie gemacht. Bin ich mal gespannt. Und jetzt? Okay, weiter kann ich gar nicht, weil ich genauso ist Level 3, aber was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Okay, vielleicht hätte ich... Ich mache trotzdem ein bisschen zufrist. Vielleicht hätte ich... Vielleicht hätte ich. Habe ich aber nicht. Mit Sniper gut. Sollen wir mal auf die Sniper wechseln? Ich meine, ich mag ja wirklich die Dings, aber ich mag auch meine Hypnosis. Die mag ich natürlich auch sehr gerne. Ist nicht direkt ein Sniper. Ich habe mittlerweile so viele gute Waffen, ey. Hailstorm ist natürlich auch geil. Alles geil. Echo ist geil. Machen wir mal so ein bisschen Abwechslung, ne? Ich gehe. Wahh. Können wir mal soßen? Wascrire's mal? Wine. Boah, ich bin erschreckend. Ja, aber hätte er jetzt nicht explodieren müssen? Äh, ich raff's nicht. Beziehungsweise, woran erkennt man denn dann letztendlich einen Overkill? Wieso bin ich schon da so viel Damage? Ach, das sind die Feige. Eigentlich muss ich auch ohne Damage zu nehmen durch. Ja, ich raff's nicht. Ja, ich raff's nicht. Ach, das ist über mir. Okay. Komm. Ich raff's nicht. Okay, Leute, hier ist wieder Action. Oh, geil. Flast. Low Ammo? What the fuck? Jetzt schon? Oh. Ich seh nix mehr. Krass. Zur Hölle. Leck mich doch am Sack. Minus 22.000 Witchfire? Alter. Ja, das ist das Problem an der Waffe hier. 25 Schuss, das ist halt Schwachsinn eigentlich mit der zu spielen. 25 Gegner, das ist im besten Fall, wenn du sie alle One-Hittest. Was du nicht schaffst, also... Scheiße, da minus 20.000. Ich glaub ich spinne, ey. Das war jetzt hier nochmal... 5.000. Ich merk schon, so langsam wird's das Spiel... Krass schwer. Alter, wie sie da anstehen. Ich kann einfach rein spratzen. Ja, genau. Aber da sieht man auch mal, wie schlau das Gegner-Movement ist. Die versuchen einen wirklich immer zu umzingeln und so. Also, das ist nicht Serious Sam. Oh, das ist gut. Ah, Large Magazine ist auch gut. Oh, das ist gut gegen die Dicken. Hilft die Rüstung nicht mehr. Der Boy sitzt hier, kann ich nicht... Okay, aber wir gehen mit drei Flas und voller Energie jetzt mal hier rein. Jetzt muss doch mal was klappen hier. Irgendwie eine Form von Progress mal. Guck mal hier, 22.000 Knossys. Ach komm, du Sau. Das meine ich übrigens mit Beamen. Plötzlich stehen sie da. Oh Mann, ey. Jede Bullet ist doch... Okay. Die brauchen halt auch ein halbes Magazin, ne. Ich will ja nix sagen, aber... Oh, ich hab die Brücke runtergelassen, merke ich gerade. Aus Versehen war das tatsächlich. Boah, das war knapp. Drei Schuss noch. Geil. Na gut, da ist ein bisschen Muni. Okay. Ah, wir spielen schön defensiv jetzt hier. Guck mal. Wir spielen schön defensiv. Die sind richtig mies, die Typen. Da hinten, ey. Hier höre ich Steps irgendwo. Okay. Okay, die werfen so ein Ding und dann beamen sie sich direkt. Hier, das meine. Okay, die sind halt neu. An die muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Die sind halt quasi das Äquivalent zu diesen... Sind aber schon richtige Fucker, ne. Und so sind sie weg, die drei Flasks. Achso, von hinten jetzt auch. Das liebe ich dann. Wenn die plötzlich auch noch von hinten kommen. No. Chill doch, chill doch. Ah, ich hab ja gar nicht mehr das Eis-Shield. Ich hab ja jetzt das Ding hier. Alter, die sind ja so richtige Fucker, Mann, ey. Ey. Ey, ich dreh durch. Minus 30.000. Ey, was ist denn hier los, bitte? Wie schwer ist denn diese Map? Bin ich so krass unterlevelt, oder... Das kann doch alles nicht sein. Langsam macht's hier so auch echt ein bisschen Frust breit, Leute. Scheiße, ich hab vergesst die Waffe zu wechseln. Ich hab sogar noch gebraucht. Genau. Ich hab's hier den Ball so gut. Geist das Zeit. WDR 2.0-5-2-1-2.0-5-2-0. Probieren wir mal das neue Ding aus. Okay, das war ganz geil. Macht das noch was? So, hier haben wir auf jeden Fall eine Flask, das merken wir uns, die können wir gleich gut gebrauchen. So, und dann lassen wir vielleicht erstmal hier die Brücke runter, damit es ein bisschen mehr Space gibt und holen auf jeden Fall unser... Diese Drecks-Axt-Mörder hier, das sind die größten Fixer, ey, ich sag's euch. So, hier sind die Flasen. 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 Das ist die letzte Folge Witchfire, Leute. Der Sniper war auf jeden Fall eine Sau-Dumm-Idee. Überhaupt. Ich gehe wieder zurück zu dem, was funktioniert hat. Tschüss, das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich muss meine 37.000 Seelen da holen. Oh, ich habe keine. Ich gehe mit der Eure. 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 Ich gehe mit der Eure Schuss. Im Gegensatz zu einer Sniper. Deshalb ist die so geil. Hier war doch gerade noch irgendwo eine Chest. Und eigentlich brauchen wir auch nicht so Dings hier, über Kimme Korn zählen. Ich mache das eigentlich nur so aus Gewohnheit. Weil bei der Steakgun brauchst du es eigentlich gar nicht. Weil die auch so aus der Hüfte genau ins Ziel geht. Ich gehe mit der Eure Schuss Da ist er down da worden und droppt ne incantation. Kannst ja hier echt tatsächlich farm. Aber wenn ich die 2er nicht mehr brauche, ich brauche die 3er, aber ich glaube die droppt er nicht. So, Mission Seelen zurückgewinnen. So, Mission Seelen zurückgewinnen. So, wo liegen denn die Seelen? Müssten doch hier in der Ecke liegen eigentlich. Wieso wirds jetzt dunkel? Wie kommt ihr denn jetzt hier rein? Ja. 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 Du bist so großartig. Das war's. 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 Klingt so viel. Sind auch nur zwei Level tatsächlich. Und immer hin. Immer hin die Seelen, ey. Oh ja. Also wir können hochleveln. Wir haben unseren neuen Spear. Rotten Fiend resurrects a Grand Zero who now attacks his former allies with incredible ferocity. Hm. Quasi ein Summon. Darf man das bei Witchfire benutzen oder wird man einen? Ja. 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 Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Matze, vielen Dank für 27 Monate, mein Lieber, Dankeschön Das ist eigentlich alles Ich glaube ich nehme vielleicht mal statt der Midas Diagnosis Oder Ein paar Headshots verteilen Wir können Fetisch erforschen So und was machen wir jetzt mit den Seelen Wir können dafür Gold kaufen Wir können aber auch einfach hochleveln Ich glaube hochleveln ist nicht so verkehrt Wenn wir hier mal irgendwie weiterkommen wollen Oh was Es kostet 40.000 Ein Level ist das nur Junge Ich hätte es safe geschworen Es sind zwei Level Alter Okay Da ist mal eine Ansage Okay 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 So jetzt gehe ich aber nochmal In eine andere Welt Irgendwie muss ich noch ein bisschen hochleveln Was könnten wir denn machen In der Scarlet Coast Haben wir da schon eigentlich alles so gemacht? Oh hier geht's dir Was ist das denn? A powerful protective device protects this area from the likes of you Be on your guard Was ist das denn? Was ist das denn? Das war's? Ein Treffer? Lol Der crasht runter Und das war's Und jetzt habe ich meinen Summon hier verschwendet Ist klar Wieso macht die denn nur noch so wenig Schaden? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich komme mir mit der Waffe überhaupt nicht mehr klar Alter ich komme mir mit der Waffe überhaupt nicht mehr klar Nicht mehr Das war's Aber das ist das denn? Ist das denn? Ist es denn? Ist es das denn? Das war's noch Major Ich bin Da war ich wohl zu nah dran. Wo ist jetzt das Calamity? Calamity. Ich raff das immer nicht. Ist es das? Ne. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Der Warden ist auch noch da. Hallo. Papa comeMI nicht. Ich raff das nicht. Das ist das. Also, die Finger�ner werden durchausZY. Lohin! So, zwei noch. Ein. Loot. Es ist schon wieder was gespawnt. Alter. 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 Jesus Christ. Ich bin getrieben. Alter. Was ist das für ein fieser Wichser, ey? Ja, ich häng am Stein. Leck mich. Is das. Ich drehe fucking durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, ey! Alter, ey! Ach, die Horden kann man nicht stinken, oder was? Das ist jetzt weg! Okay! Jetzt reicht's mir aber langsam hier! Okay! Okay! Ich hör doch was! Ah, das ist Nachladenzeit! Oh! 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 Ich geh zurück! Mann, das ist so nervig! Oh! 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 Ich geh hin weiter! Oh! 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 Oh, das ist auch so eine Verarsche. Wenn da steht Risk Small, das ist nie Small. So einen Wurf find ich, ich raf immer nicht, ach so, dann muss ich jetzt zum Calamity, Calamity. Wie soll ich da hinkommen? Was? 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 Macht das irgendwas mit dem Vieh? Es kommen einfach unendlich Gegner hier. Es geht ja. Es geht ja. Es geht ja. Es bringt gar nichts. Was muss ich hier machen? Es kommt unendlich Gegner. Es kommt einfach nur unendlich Gegner. Okay, das lässt mich nicht durch oder was? Ich raffe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo ist dieses Kerle mit hier? Es geht ja. Es geht ja. Es geht ja. Es geht ja. Wir haben um die ganze Map gelaufen. Es geht ja. 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 Oh, ich hab's geschafft. In allerletzter Sekunde. Oh. Wahnsinn. Das wäre leichter gewesen, wenn ich's schneller gefunden hätte. Was ist jetzt das? Boah, Leute. Das war knapp. Das war knapp. Wie schön ruhig es jetzt ist. War das Stress. War das stressig grad. Ich dachte die ganze Zeit... Ich dachte die ganze Zeit, das Ding da in der Luft, dieses Teil, wäre das Calamity gewesen. Und hab da alles reingeballert, was ich hatte. Und es sind einfach wegen dem Portal daneben unendlich Gegner gespawnt. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Hab ich mich aufgerieben. Oh nein, schon wieder so ein Cursed-Ding. Hab ich mich aufgereden, das war. Oh nein, schon wieder hier. Ich habe mich aufgereden. Was ich probiere? Also Training. Ich habe mich aufgerissen. Ich habe mich aufgerissen. Ich habe mich hier nicht. Ich habe mich nicht zuvor bei mir. Ich habe mich aufgerissen. Ich habe mich daraufhin. Ich habe mich letztendlich. Ich habe mich damit, ich habe mich aufgerissen. Ich mag den Summon-Typen irgendwie. Ich glaube, der ist gar nicht so effektiv wie irgendwelche anderen Heavy Spells. Rein vom Damage-Output. Aber der Vorteil ist, dass der Gegner halt nochmal auf sich zieht und die mit seinem Kick auch so ein bisschen Stunt und mir das einfach so ein paar Sekunden manchmal Luft gibt. Was nicht so schlecht ist. Hört doch schon wieder was. Ich glaube, ich muss viel mehr diese Calamities Farmen als den Ausweichen. Weil die Belohnungen sind echt gut. Also es ist zumindest üppig. Rüber. Komm. Da oben drauf, ey. Wie die Kiste da hingekommen ist, weiß auch kein Mensch. schon wieder so ein Ding, ey. Bringt das was? Destroy the front power sword. Das ist die front power sword. Das ist halt die Frage. Was ist hier die front power sword? Ich glaube, ich bin sicher. Ich glaube, ich glaube, es hat das wird auch nicht verbrecht. Oh. Okay, das ist doch nicht so gut. Das bringt mir nicht auf. Offensichtlich. Ah! Scheiße. Okay. Äh? Das war offensichtlich die Front-Power-Source und wo ist die Back-Power-Source? Ja, nun. Okay, das ist ja dann wahrscheinlich hier irgendwo. Da. Okay. 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 What the fucking fuck war das denn jetzt? Okay. 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 Aber ich muss extracten. Ich muss extracten. Und zwar da, wo ich vorhin schon war. Das ist nicht so leicht. Erst recht, weil ich durch diese dumme Falle so viel Energie verloren habe. Hier sieht man halt echt kaum die Drecksteile. So, hoch zur Mühle und dann extracten mit 50.000 Seelen. Im Gepäck. Verträge unterschreib ich. Check. Äh, ne. Tag. Pst. 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 tatsächlich das ist auch die maximale stufe wie man hier sieht warum ist das so scheiße teuer geworden 40.000 hier weiß ich auch noch nicht so richtig wie man hier am besten skilt man sieht es daran dass ich relativ ausgeglichen geskillt habe ich glaube man kann auch noch nicht neu verteilen die das sind ja auch so im mikrobereich die verbesserung durch den level als 40.000 seelen damit die healing duration 0,09 sekunden länger dauert das ist 1 hp oder so wenn überhaupt weiß ich nicht aber es ist schon krass der unterschied zwischen map 2 und map 3 ist schon eklatant in So, dann soll es das jetzt erstmal mit Witchfire gewesen sein. Ja, ich weiß, wir haben heute nicht so mega den Progress gemacht, aber es ist momentan auch schwer für mich Progress zu machen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht genau wie, ich müsste auf der dritten Map halt weiterkommen, aber ihr habt zwar gesehen, wie ich da einfach schon am Eingangsbereich einfach nicht weiterkomme. Oder wir können nochmal in die erste gehen und in den Dungeon rein. Was können wir nochmal machen? Das mache ich mal. Mal gucken, wie weit ich bin. Oh, da müssen wir ein bisschen arbeiten dafür, wie es aussieht. Was ist mit dem Obelisk? Asteritz und Obelisk? Da hinten ist er. Ach, den soll ich protecten. Soll ich den abschießen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der Tag ist razzischen. Aber da die da drauf schießen, muss ich mal anders wie ich drauf schießen soll. Das ist ja schon wie schnell die Pfeile ist. Ne, Pfeilis. Ja, okay, mein Obelisk zurück, äh, in Ruhe meine ich, nicht zurück. Ach, das ist doch schön entspannt, Map 1 ist so schön entspannt. Oh, das ist gut, oder? Ah, sehr zu spät. Yo, Hardref, was geht ab? Hardref raided? Lang nicht gesehen, Hardref, was ist los? Follow alle Hardref auf Twitch. Ach, da unten, den Starken habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, gehen wir da hin. Wir powern uns ein bisschen auf, bevor wir in den Dampf gehen. Malmö, was geht ab? Da liegt die Geschosse. Das läuft doch hier, das läuft doch. Minion full of burning, beide unsere Waffen haben burning damage, klar. Minion haben wir auch, das Symbol ist neu in dem Patch glaube ich, oh was ist denn das Flotsam Cove, das ist auch neu, decaying cargo from a raggallion litters is gloomy shore, valuable side among the debris challenging even the sharpness. Das ist mit dem Patch gekommen, ich weiß aber nicht was ist. Ich weiß nicht, dass hinter mir einer spawnt und dann direkt ballert ey. Das war's für mich. Was hast du denn gestreamt? Und Hardref, erzähl mal ein bisschen. Du musst ja auch mal ein bisschen Werbung machen für deinen Stream. Was ist das, dieses Kano? Das ist auf jeden Fall auch neu, diese komischen Fässer hier. Thanks, buddy. Kann man hier jetzt alle Kisten öffnen lassen? Jetzt kommt man hier auch bis zum Schiff. Das ist komplett neu, Leute. A note tucked behind Captain's coat. The Captain always goes down with the ship, remember? Jetzt kann man hier aufs Schiff oder was? Hey, komm, du musst jetzt mal vorsichtbar gewandt. Ich schürze früh. Ich schürze früh. Oh, das ist Minvoss. Shit, shit, shit. Shit. Was hat das jetzt alles hier? Was hat das jetzt hier alles gebracht? Das hat doch gar nichts gebracht. So, jetzt. Ist das irgendwas passiert? Außer, dass ich fast tot bin? Wo ist mein Loot? Wo ist mein fucking Loot? Oha. Bonserre the Illuminated. What? Ist der, war der eben schon da oder ist der jetzt erst erschienen? Das heißt, wenn man... Also wenn man das macht, dann kommt das oder was? Aber das schaffe ich ja auf keinen Fall jetzt. Ich habe da gar keine Energie mehr. Okay, zum Schiff kommt man aber eigentlich nicht. Ja, scheiße. Ich habe da jetzt mal ein bisschen Heilungkette. Ich habe wirklich nur einen Treffer in mir. So wie Davy Selke. Keiner Fußballer-Scherz. Ja, scheiße. Ich habe da jetzt. Es ist so ganz schön. Ich bin ein Thema. Aber ich bin ein paar Einzelne und lass uns langsam mitnehmen. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. So wie Ange. Ich bin ein paar Jahre alt. Und ich bin ein paar Jahre alt. Und ich bin ein paar Jahre alt. サb Whitney. Und ich habe da nicht vertreffer. Das ist auch neu, diese Ruine hier, oder? Da geht er down, der Davy Zell. Jetzt nimm doch das Ding! Treasure Hunters Prism. Das war doch vorher nicht hier, diese Ruine, so in der Form. Ich war oft genug hier. Oh, ich hab wieder ein bisschen Energie gekriegt, tatsächlich. Ja, das ist definitiv neu. Schön zu sehen, dass wenn die hier patchen, dass hier sich so immer wieder ein bisschen was verändert. Das mag ich. Das ist jetzt ein bisschen prominenter platziert hier, dieses Ding. Das ist noch nicht die 1.0. Die kommt erst Ende 25 sogar, kommt das Spiel, glaube ich, also. Das ist ja alles noch Early Access. Ich glaube, das wird sich noch stark verändern, das Spiel bis zum Release. Tatsächlich. Okay, der eigentliche Grund, weshalb ich hier auf die Map gegangen bin, den habe ich eigentlich gar nicht gemacht, nämlich, dass ich in den Tower Dungeon gehe. Das ist die einzige Sache, die ich nicht gemacht habe. Das Problem ist, ohne Flask brauche ich da auch nicht reingehen. Das ist das, was ich nicht gemacht habe. Was ist das? Das ist schon das Fastest Raven. Jetzt holen wir uns den letzten auch noch. Vielleicht habe ich Glück und es droppen noch ein paar Flasks. Flask. Das ist auch ein lustiges Wort. Joko und Flask. Das ist so verdächtig ruhig hier. Hm. Da oben ist hier keine Action. Da müsste eigentlich was sein. Das kommt zur richtigen Zeit. Ammunition. Das tut mir leid. Da oben ist es. Das war's für heute. Das ist auch nicht das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. So, letzte Ausbaustufe. Schade, wir sind ja echt ganz gut gebufft, aber keine Flask. Flask me anything. Die Map ist durch. Hä, wieso ist der jetzt da unten? Der war doch hier. Hä? Er bleibt eigentlich nur noch Extracten, oder? Hardref, danke für deine 10 Subs. Hardref verschenkt 10 Subs an die Community. Dankeschön, lieber Hardref. Also wenn ihr von Hardref jetzt ein Sub geschenkt habt, dann erwarte ich immer, dass ihr mindestens mal Hardref auch followt auf Twitch. Das sollte ja wohl drin sein. Das ist ganz schön. Ich gehe nicht so, da gibt es auch backend. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist aber auch neu, dass die so leuchten, oder? Ja, das wäre der Dungeon gewesen, aber ich gehe da jetzt nicht rein, weil ich sterbe dann nur. Und dann sind meine ganzen Seelen, mein ganzer Shit da unten drin. Und das wäre doch sehr nervig. Dann komme ich aus dem Todloop nicht mehr so richtig raus. Aber schön zu sehen, dass ich wieder neue Sachen getan habe hier. Oha. Ja, das reicht nicht. Ich habe nur noch Höhe. Ich habe zwei Flas. Das könnte man mal versuchen. Okay. Vielen Dank. 23 gold hier gute ausbeute und neuer neues fetisch glaubt ne was war es was relic ist das schön an dem spiel ist immer nach jeder mission wieder ein bisschen was so hier haben wir zum beispiel painted truth the truth found among which is ashes critical ignite them critical shots und unsere mysterium incantation so das machen wir noch eine sache auf level drei bringen jetzt muss man halt genau überlegen was man auf level drei bringt das ist das ding hier new unknown power man weiß ja nicht was man kriegt der vorteil wenn man es auf nen equip item also relic oder so ring oder so fetisch legt ist natürlich das ist egal bei welcher waffe wirkt das ist das ist das ist das ist Musik Ich glaube ich mache es auf die Waffe, es ist meine beste Waffe eigentlich Sliding Reloads, tschüss Was sind denn Sliding Reloads? Ne, Sliding Reloads to Shells Temporary Doubles the Damage Aber was ist mit Sliding? Ist das hier ein Sliding? Ah ja, das ist natürlich krass Also du ballerst Das ist doch nicht Sliding Ach, Sprint und Ducken Okay, das habe ich ja noch gar nicht benutzt Ich wusste gar nicht, dass es das gibt Okay Das ist natürlich geil, dass du mal schnell wieder 2 Und Double Damage Also diese dritte, das dritte upgrade ist schon immer stark Das lohnt sich glaube ich schon dahin zu farmen Wir brauchen glaube ich 40 für 1 Um 1 upzugraden Wo ist es denn da? 40 Das kriegt man aber hin Ich kann ja Gold auch im Shop kaufen Shop Dude ist jetzt in seinem Häuschen Ich hole mir noch den letzten Ring erstmal oder? Und dann gehen wir auf die Third Mysterium Incantations Alles andere haben wir schon erforscht Und dann gehen wir� Ich bin gespannt, was der dritte Ring bringt. Hä, wo ist er denn? Hä? So. Und dann kaufen wir jetzt einfach für das ganze Witchfire immer, kaufen wir jetzt einfach Gold und dann leveln wir währenddessen unsere Waffen hoch. Was brauche ich denn für die Midas? Enemies killt noch 13. Was kriegen wir in der nächsten Map hin? So. 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 displayed around the crosser and notifies you when you, when one of your spells recharges. Ah, nicht schlecht. Das muss man einstellen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also man kann einstellen, dass am Fadenkreuz gezeigt wird, wenn die Zaubersprüche wieder aufgeladen sind. Und dann steht hier genau, was sie geändert haben. Auch bei den ganzen Waffen. Und ja, die ganzen Patchnodes und so weiter. Und wenn man hier noch ein bisschen weiter runter scrollt, zum Beispiel hier Witchfire, Understanding Difficulty and Progression, da wird dann einfach auch erstmal so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. So why do I feel like the game got more difficult after a simple level up? Because each time you level up, the witch reorganizes her defenses. It basically means that we re-roll each map. So the new layout, enemy placement, trap placement, the warden route, etc. might be a bigger challenge, even if simply by the fact that it's new and you need to adapt to it. Also, the presence of some enemies or traps is not guaranteed. So you might have played without ever seeing enemy X or trap Y, but the level up re-roll finally put them on the map. But wait, why would anyone want to increase Gnosis then? It is impossible to finish the game without increasing Gnosis. For example, some areas are locked by the witch. Each level up costs more and more and you might want to increase Gnosis because with each increase, you get more witchfire. So yeah, sooner or later, you will have to increase Gnosis, but it's 100% up to you when you want to do it. Here's a fun fact about the game. The HP of our enemies is static and unrelated to the player level. The vast majority of RPGs, action or not, increase the HP of enemies with the player level. This is why some Skyrim players first visit all the caves to trigger setting their difficulty level at their current level and only then level up. FromSoft games do it too, in a way. A late-game skeleton looking slightly different than the early-game skeleton will have way more HP because the game knows you have made significant progress. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Na ja, könnt ihr euch mal hier durchlesen. Hier schreiben sie halt, also das meine ich halt, die schreiben hier genau, was sie sich gedacht haben, bei welcher Mechanik, warum welcher Gegner wie viel Energie dann hat oder wie sich das verändert und so weiter. Was ich auch mag, ist, dass sie hier ganz offen auch über andere Spiele reden. Ich mag das nicht, wenn Entwickler so tun, ich hab das ja oft genug erlebt, auf Gamescoms oder so, wenn du dann mit einem Entwickler ein Interview geführt hast oder mit einem PR-Manager, bitte nicht Destiny erwähnen. Krieg ich heute noch, wenn ich irgendwie mal ein Placement hab oder so. Und jeder Spieler sieht, dass das Spiel so ähnlich ist wie X, aber du darfst X nicht erwähnen. Wo ich mir denke so, oh Leute, das ist so, das ist so altbacken, so eine komische Denkweise. Die Leute da draußen sind noch nicht dumm. Die sehen doch, wo ihr eure Ideen habt. Und es ist ja auch okay, irgendwie Ideen von anderen Spielen in die eigenen Spiele einzubauen. So funktioniert das nun mal schon immer bei Videospielen. Irgendeiner hat irgendwann Super Mario Bros. gesehen und hat sich gedacht, ja geil, eine Figur, die hüpfen kann und Münzen einsammeln. Nur meine soll halt noch X haben. Also, ich finde das immer so albern, wenn die dann so tun, als ob es die anderen Spiele nicht gibt oder Angst haben, andere Spiele zu nennen, weil man dadurch Käufer verliert oder irgendwelche Erwartungen weckt oder sonst irgendwas. Und das finde ich hier bei Witchfire sehr angenehm, dass die ganz klar einfach sagen, welche Spiele sie geil finden, welche Spiele Einfluss auf sie hatten, was sie übernehmen wollen von anderen Spielen. Und, ähm, ja, hier schreiben sie zum Beispiel auch über das Thema, ähm, Singleplayer. Finde ich sehr interessant. Ähm, es geht hier um, das ist jetzt ja, äh, ausgeblendet. I love the game, also beziehen Sie sich auf einen Kommentar. I love the game, but I really think you guys fumbled not incorporating a multiplayer Co-op. I know about 15 people that would have bought it if at least one of those two things were possible. Most people just aren't interested in PvE-Games. Anyways, still a great game. So, erst mal unabhängig davon, ob man dieser Meinung zustimmt oder nicht. Ich stimme dieser Meinung, ups, zum Beispiel nicht zu. Weil, ähm, es ein, ach, Jesus Christ, ich. Ähm, weil, meiner Meinung nach, gibt's so viele Co-op und, äh, PvP und solche Shooter, ähm, wie Sand am Meer, aber richtig geile Singleplayer-Spiele, ähm, in so einem Shooter-Setting, finde ich, gibt's gar nicht mehr. Ähm, davon abgesehen, hier die Antwort, we have addressed, Co-op in the FAQ, too long, didn't read, it will most likely not happen, also Co-op wahrscheinlich nicht, but I want to address the claim that most people just aren't interested in PvE-Games. First, this statement is verifiably false. Take Hardis, for example, a critically acclaimed story-based roguelike Singleplayer only yet, it has sold over 7 million copies on Steam alone, not counting anything, blah, 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 second, there are already numerous excellent Co-op-Shooters available, Destiny 2, Deep Rock Galactic, Darktide, Warhammer 40k, Space Marine 2, und so weiter. However, there is a sacred, sacredity of Singleplayer-Dark-Fantasy-RPG-Shooters, like Witchfire, finde ich 100% richtig, also er sagt halt, es gibt schon ganz viele Spiele, aber Singleplayer-Dark-Fantasy-RPG-Shooter gibt's halt fast gar keine. So we'd rather double down on being the best Singleplayer-Game we can be, than dilute our resources and designs to add co-op. Also, ähm, ich finde es ein starkes Statement. Ich finde es cool, dass die Entwickler, dass die Entwickler ihre eigene Meinung haben, dass die ihre eigene Vision haben und die einfach auch umsetzen wollen und nicht dem neuesten Trend hinterherrennen, wie das eben so viele gemacht haben. Ähm, ich sag nur, äh, hier wie hieß es, Concord, was hieß Concord von Playstation, oder diese unzähligen anderen, ähm, Clone-Shooter, Service-Game-Shooter, von denen's eine Million gibt, die aber keinen interessieren. Ich find das super, dass die einfach sagen, nee, wir wollen aber ein geiles Singleplayer-Spiel machen und, ähm, da ihre Kraft und ihre, ähm, ja, ihre Zeit und ihr Geld reinstecken. That being said, finde ich aber trotzdem, Koop in dem Spiel gut funktionieren würde, einfach. Ähm, wobei man's dann wahrscheinlich komplett neu und anders balancen müsste und ich weiß auch nicht, das ist jetzt natürlich in der Early Access schwer zu beurteilen, weil's noch nicht so viel Inhalt gibt, ob es repetitiv genug spielbar ist, um mit mehreren Leuten dann zu spielen. Also, da müsste schon noch einiges passieren, damit es im Koop funktioniert, aber ich finde, also, ich fände jetzt Koop auch nicht schlecht, wenn's das gibt, aber es ist für mich absolut kein Dealbreaker, weil ich finde, es ist ein super Singleplayer-Spiel und ich find's toll, dass die Entwickler eine Vision haben, die sie da komplett umsetzen. Anyway, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich find die Seite super, weil auch die Art und Weise, wie die Entwickler transparent sind, reden über andere Spiele, reden ihre Ideen, ähm, hier versuchen zu erklären, das Spiel erklären, wie gesagt, das war jetzt nur ein Blogpost, es gibt noch viele, viele weitere hier, die ihr euch mal angucken könnt, ähm, ich mag das einfach, ich hab das, ich hab ein richtig gutes Gefühl bei diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist einfach, ich hab das Gefühl, die sind irgendwie, die sind auf dem richtigen Weg mit dem Spiel. Die haben ja auch noch über ein Jahr Zeit, wahrscheinlich, wenn's nicht verschoben wird, bis das Spiel rauskommt. Und, äh, ich find, es spielt sich jetzt schon super, natürlich kann da noch mehr passieren in einem anderen FAQ, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war. In einem dieser Blogposts, da haben sie auch, äh, drüber geschrieben, dass sie noch, ähm, viel, viel mehr Waffen sollen kommen, viel, viel mehr Ausrüstungsgegenstände, viel, viel mehr Zaubersprüche, ähm, Dungeons, und so weiter, also, da wird noch so viel Inhalt kommen in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Und ich weiß gar nicht, warum ich so viel, ich krieg keinen Cent dafür, möchte mal sagen, das ist komplett per Zufall, ich erkannte das Spiel nicht, Nikola hat mir davon erzählt, ich hab's runtergeladen, hätte es fast nicht gezockt, weil ich gedacht hab, naja, Witchfire, Ego-Shooter, weiß ich nicht jetzt, ob das so mich bockt, und der einzige Grund, warum ich hier so leidenschaftlich darüber berichte und auch schon so viele Videos dazu gemacht habe, ist, weil ich's einfach geil finde, und ich einfach gerne dann auch Projekte unterstütze, bei denen ich persönlich das Gefühl hab, dass das coole Projekte sind, und, äh, die mir per se auch Spaß machen, wo ich da natürlich, ich hab natürlich auch was davon, wenn ein geiles Spiel rauskommt, und ich mag diese Community-Nähe, wie gesagt, ich bin auf dem Discord, und ja, ich find's einfach super, was die da bislang gemacht haben, und was ich so an Feedback von euch bekommen habe, zum Thema Witchfire, findet ihr das auch ganz gut, wenn ihr noch unsicher seid, könnt ihr ja auch noch warten, es ist wie gesagt noch Early Access, ist auch das erste Early Access-Spiel, glaub ich, wenn ich mich so recht erinnere, dass ich so intensiv gezockt habe, weil normalerweise, ähm, bin ich nicht so der allergrößte Fan von Early Access, weil, naja, weil Spieler, die Spiele sich dann halt irgendwie dann doch noch so sehr verändern, und wenn sie dann rauskommen, in ihrer finalen Form sozusagen, dann hab ich vielleicht schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel, weil ich schon so viele Veränderungen und Sachen gemacht hab, die aber momentan oder zum Release-Date gar nichts mehr wert sind, oder nicht mehr aktuell sind, da hab ich immer so ein bisschen Angst vor, das ist auch der Grund, warum ich No Rest for the Wicked noch nicht richtig mich reingesuchtet habe, das hab ich auch Thomas Mahler, dem Entwickler, dem Chef von Moon Studios, gesagt, ähm, ich mag halt das fertige Produkt, aber hier bei Witchfire irgendwie ist es noch mal ein bisschen was anderes, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil's ein Ego-Shooter ist und man so instant irgendwie Gratifizierung bekommt, wenn man halt irgendwie Leute abballert, ich weiß es nicht, ich kann's nicht erklären, ich hab nicht, ich hab nicht immer für alles, was ich mache, einen Grund, ähm, ja, aber was man auf jeden Fall machen kann ist, ähm, vielleicht kann ich euch das noch zeigen, nee, kann ich nicht, ist ja auch scheißegal, ihr könnt, äh, der ist ja verlinkt irgendwo hier auf der Seite ist auch der Discord von denen verlinkt, und, ähm, beziehungsweise ihr könnt auch einfach danach googeln, Witchfire Discord, und dann könnt ihr mal auf den Discord gehen, weil da ist schon ne richtige Community am Start mit vielen Leuten, mit vielen Unterforen, wo man, ähm, Vorschläge, äh, posten kann, was noch rein soll, welche Veränderungen man sich wünscht und so weiter, und das ist echt ganz cool, find ich, also, es ist auch das erste Mal seit, weiß ich nicht wann, wahrscheinlich Quake-Zeiten, dass ich aktiv, äh, in so einer Community an einem Spiel mit versuche zu verbessern und rumzuoperieren, und es macht mir irgendwie Bock, ähm, ja, so, das war das Wort zum Sonntag, schreibt mir gerne in die Comments, was ihr denkt über Witchfire, ob ich noch weiterspielen soll, momentan ist der Progress so ein bisschen am, ähm, ja, schleift so ein bisschen, es macht mir immer noch Bock, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es irgendwann vielleicht auch zum Zugucken ein bisschen öde wird, ähm, aber ja, schreibt gerne mal in die Comments, ähm, eure Meinung und eure Erfahrungen oder vielleicht auch eure Wünsche zu Witchfire, würde mich wirklich mal sehr interessieren, was so eure Erfahrungswerte mit dem Spiel sind, okay, und wenn ihr schon hier seid, lasst ein Abo da, ein Like und ein Kommi, hä, und die Glocke, glaube ich. Glocke, und die Glocke, wo ich mich aus dem Spiel Und die Glocke,